Servus was geht meine Freunde Black Goku ist wieder hier und ja wie ihr seht ist es wieder Duolinks, Yu-Gi-Oh und ja wir haben 1091 Steine, Kristalle was auch immer und wir werden natürlich wieder 10 Picks öffnen nur 10 und hoffen dass wir diesmal den schweigsamen Schweig-Klampfer kriegen Ich hoffe es mal weil das ist jetzt mehr wie 2000 wo ich schon reingeknarchet habe und hoffe einfach nur dass ich ihn mal langsam bekomme sonst flippe ich aus Fang an mit dem Edler Ritte und wieder den habe ich auch keine Ahnung gehofft Ich hoffe dass wir den diesmal kriegen sonst rastisch fühlst du aus Es gibt schon nie wieder was aus ey ohne Scheiß Bist du locker mal über 10.000 oder wenn du über 100.000 Dinger reinballern bis du überhaupt irgendwas mal kriegst Ahja 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 ist es diesmal was? Ah nein es ist es nicht natürlich ich sehe überhaupt nicht mal eine Monsterkarte O kullier Wenn ein Monsteraffekt aktiviert wird, der aktiviert wird Wenn ein Monster Cornell Summonster an positions Navalschweig wird Du kannst diese aktivieren dann zieht der Spieler Death 현재 Death好吃 Death Alter ich kalte Was eigentlich kurz Wir sind schon 5 von 10 und haben immer noch etwas Yo Schadenfresse Achuu ... von den Featuren habe ich auch schon keine Ahnung bestimmt schon alle Alter fang ich schon nicht ab was ist das für eine Scheiße hier ey oh ja ich sehe eine Monsterkarte ja wirf zwei Karten aus der Hand wieder ein offenes Monster und verdecke es aber das ist schon für mein Monster ach für mich weil der Gegner auch so blöd ist und sich die Karte nicht merkt Alter ich weiß ja mein ich weiß kein Wettlevel 3 wow ich habe schon 3 von 400.000 ey oh ja was hat ein Effekt Alter sonst könnt ihr euch ruhig durchschießen wenn ihr Pause drückt also ich finde den Effekt sowas von beschissen ach schissen ja wir haben jetzt 3, 4, 5, 6 neue Karten wuhuuu hammergeil hat es mal wieder gelohnt ja richtig hammergeil wenn euch dieses Kack Video gefallen hat würde ich mich auf ein Kack Abo und einen Kack Daumen nach oben freuen und unterstützt dieses Kack Spiel es macht sehr viel Spaß ohne Mist jedes mal diese was weiß ich auch was immer zu sammeln und sie auszugeben und im Endeffekt gerade mal von 500.000 Karten eine bekommen die man nicht hat und die auch nicht zu gebrauchen ist ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende schmilzt mir nicht weg von der Sonne ansonsten reingehauen euer Blegogo